Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Nicht vergessen! Heute Nacht ist der Mond von der Erde aussichtbar. Diese Konstellation gab es letztgestern. Habe meinen Wecker auf Applaus umgestellt, damit es auch endlich mal wertgeschätzt wird, wenn ich aufstehe. Als Gott sah, wie sich Männer bei einer Grippe anstellen, hat er beschlossen, dass die Frauen die Kinder bekommen. Kann man bei Tinder zufällig auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad wechseln? Wieso? Ich hab's schon durchgespielt. Die roten Pilze mit weißen Punkten im Wald machen einen übrigens nicht größer. Bis ich merke, dass mit mir jemand flirtet, ist die Person verheiratet und hat drei Kinder. Ja, that's me. Das Leben ist wie eine Schachtel Routinen. In der heutigen Partie gegen Manchester hat sich Schalke aber ganz schön zum HSV gemacht. Ist ja geil. Schreibt man Montag eigentlich mit einem oder mit zwei Mittelfingern? ZDF. Zerstöre deinen Fernseher. Wenn die Fische im Aquarium aufmüpfig werden, dann drohe ich ihnen immer mit dem Antischuppen-Shampoo. Weil die Schuppen haben. Ja, erklär die Witze nicht. Das macht es nicht besser. Babys sind das Teuerste, was du gratis bekommen kannst. Bustet ihr eigentlich auch immer euer Essen, wenn es heiß ist? Oder ihr so lange, bis man es nochmal kauen kann? Ich bin so unmusikalisch. Ich hab nicht mal einen Schlafverbot. Stehst du auf SM? Also alles, was ich über Auspatschen gelernt habe, weiß ich von meinem Staubsaugerkabel. Diese Spiegelbar ist Spiegelbar. Wenn ich das schon lese, ist es so ein Scheißer, Alter. Diese Spiegelbar ist Spiegelbar. Also spiegelt sich die Spiegelbar in der Spiegelbarin Spiegelbar. Einen Tisch für vier, bitte. Warum? Sie sind doch nur zwei. Das werden Sie nach der Bestellung sehen. Das ist ja seltener als Schaukelpferd-Scheiße. Soldat! Was waren Sie, bevor Sie zum Bund kamen? Glücklich, Herr Oberst. Versehentlich die Autobahnausfahrt nach Hause verpasst. Fahre jetzt nach Norden und fange ein neues Leben an. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe den Test, ich bin kein Roboter, bestanden. Februar 2019 war so, wenn du morgens am Auto beim Eichskratzen den Sonnenbrand vom Vortag merkst. Solche sechs, wie wir fünf sind, gibt es keine vier anderen. Daraus sind wir drei, die zwei einzigen. Stell dir vor, du träumst dein Leben lang Schauspieler zu werden und wirst dann Leiche in einer Crime-Serie. Das Leben ist wie ein Zebra. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel und da kommt schon der Arsch. Like und abonnier, YouTuber!